Mein Körper ist schon ansehbar, denn als ich angefangen habe, war hier Schwabbel, da Schwabbel, aber jetzt bin ich sexy. Ich bin super schlank, das sieht man ja auch wohl. Also angegrät fühlt sich jetzt im Moment total sexy, aber ich sag immer so, naja. Dann kommt sexy Anne mit ihrem sexy Körper. Geil. Und jetzt bin ich auch schon sexy sexy. Wolle, was soll man da groß zu sagen? Dani und Wolle, die haben keine Ahnung, ich fühle mich gut.